Wie gesagt, beim Sprung der Fuß muss hinten angewinkelt sein. Wenn der da so runter hängt, wird das dann als Zivilisationskrankheit aufgefasst. Das bleibt mein Gedanke. Naja. Du musst das Ski auch über das Rippen fällen. Also die Atmung konditioniert sein. Also ausatmen und zieh die Kondition. Na, also die Gemüse rein. Also ausatmen und zieh die Kondition. Also ausatmen und zieh die Kondition. Also ausatmen und zieh die Kondition. Das ist die Atmung. Also hechelt noch ein bisschen. Ich muss das nicht üben. Hier kann ich das doch. Also ausatmen und zieh die Kondition. Also ausatmen und zieh die Kondition.